Musik So, so geht's warm. Warte, warte. Das ist halt gut. Das kannst du schon schaffen. Das kannst du schon schaffen. Das kannst du schon schaffen mit euch alle zusammen. Geht das? Herr Kungs, Sie sind Kanzler der Philharp Baschingsgilde. Wie geht's Ihnen? Mir geht's jetzt sehr gut. Ich bin sehr stolz auf das Vertrauen, dass die Mitglieder der Philharp Baschingsgilde in mich setzen. Ich werde alles dafür geben, damit die dieses Vertrauen, das in mich gesetzt wird, auch umsetzen kann. Frau Juhert, herzliche Gratulation zur ersten Vizekanzlerin. Überhaupt eine Leihgeschichte. Wie geht's Ihnen? Ja, momentan sehr emotionell. War es von Ihnen immer schon ein Traum, so soll das Vizekanzleramt, oder wie kann man das beschreiben? Nein, immer nicht. Wenn man das sieht, dass es schon etwas Höheres verspült. Aber schon. Also Maschinen verbunden seit 28 Jahren und wenn man noch vorgeschlagen wird, dann ist das eine große Ehre. Und dann setzt man sich damit auseinander und wohl, man hat schon eine große Freude.